Es geht nämlich um Pink Playing, beziehungsweise im Titel Pink Playing Abschwächen. Hey Leute, ich bin's Will und willkommen zu einer weiteren Folge Jumpdown auf dem Revinside-Server. Habe ich hier auch schon lange nicht mehr gezockt, eher gesagt erst einmal. Und auch heute, ja wirklich, Jumpdown, kein Getdown, wirklich ohne PvP. Ich denke, das macht jetzt nicht so viel aus. Werde auf jeden Fall auch nochmal eine Runde Getdown demnächst bringen, mit natürlich dem PvP-Teil danach. Auf jeden Fall gibt es heute eine Umfrage, die von euch aus gesehen gestern erschienen ist. Und für die könnt ihr natürlich auch abstimmen. Es geht nämlich um Pink Playing, beziehungsweise im Titel Pink Playing Abschwächen. Und die lese ich euch jetzt gleich mal vor. Die wird natürlich ins Forum geschrieben, das heißt, da könnt ihr euch die auch nochmal genauer vorlesen, abstimmen. Und zwar lautet die auf jeden Fall so Community. Ich habe eine einfache Möglichkeit gefunden, den Vorteil der Pink Player abzuschwächen. Und dadurch war es komplett zufällig und nur noch von der Tickrate des Servers abhängig, wer zuerst schlägt. Und das hilft natürlich nichts bei einem Ping über 50, steht da auch noch im Forum. Das heißt, man hat einen schlechten Ping und durch ein Update wird der Ping verbessert. Das geht natürlich nicht. Das heißt, das macht wirklich nur einen Unterschied zwischen vielleicht einem 10er oder 30er Ping. Und das wird das Update auf jeden Fall beheben, dass man, und da hat eh, okay, schon einer gewonnen. Sehr schön. Was heißt sehr schön, ich bin runtergeflogen. Das wird es auf jeden Fall beheben, dass man da ja keinen so gravierenden Unterschied bemerkt, wenn jetzt man zum Beispiel einen 10er Ping hat und gegen einen Player kämpft, der einen 30er Ping hat. Oder eher gesagt, umgekehrt. Auf jeden Fall ist es jetzt halt so, dass es zufällig ist, wer zum Beispiel einen zuerst schlägt wegen der Tickrate. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz was zum Ping ansprechen. Viele schreiben immer in die Kommentare, ja, wirklich richtig krasser Ping. Wie hast du denn diese Combo rausgehauen? Wirklich so eine krasse Range. Und da möchte ich sagen, dass es nicht immer der Ping ist, der wirklich so eine Combo verursacht. Und es ist auf jeden Fall so, dass es viele Faktoren dafür gibt, einen guten Ping, sag ich schon, eine gute Combo rauszuhauen. Wie zum Beispiel auch, wer einen zuerst schlägt. Wer einen zuerst schlägt, der haut wahrscheinlich immer die erste Combo raus. Die erste 2er, 3er, 4er Combo, je nachdem wie krass die ist. Hängt natürlich auch davon ab, wie zum Beispiel schnell man klickt. Das ist auch ein wichtiger Faktor, der Klickspeed und so weiter. Der Ping ist natürlich auch ein wirklich guter Vorteil, aber wirklich nur ein Faktor von vielen. Und das wäre es auf jeden Fall zu dem Ping hier. Und für die Umfrage könnt ihr auch mal abstimmen. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall interessieren. Und, ja, okay, es sind nicht mehr viele in der Runde. Ist jetzt eine kleine Runde, wollte ich mal zum Ansprechen benutzen hier. Und ich denke, dass er das jetzt wieder hier schafft. Und ich hätte eigentlich vorhin fast nochmal neu starten wollen. Also hier wirklich die Runde, aber es hat sich doch gelohnt. Ich bin relativ schnell wieder gerackt. Deswegen beeile ich mich jetzt mal hier runter zu fliegen. Und schau mal, welchen Weg ich hier wählen kann am besten. Okay. So, lucky, nice. Okay, Absorption. Das heißt, hier kann ich doch wirklich Nein gewinnen. Es war so knapp. Okay, da hätte ich mich ein bisschen mehr beeilen sollen. Hätte auf jeden Fall noch viele Leben gehabt, schade. Aber jetzt zur dritten Runde. Und jetzt auch noch wirklich ein kleiner Beitrag unter dem Forum-Beitrag. Und zwar, es gibt keinen Mindestping. Das wäre technisch gar nicht machbar. Das heißt, ein Server könnte nicht einfach einstellen, dass jeder auf dem Server-Joint ein 20er-Ping hat. Das heißt, wenn man jetzt einen unter 20er-Ping hat, hat man auf einmal einen 20er-Ping auf dem Server. Aber das geht nicht. Das heißt, man hat es halt jetzt mit der Tickrate so bestimmt, dass es zufällig ist, wer halt als erstes schlägt. Und das war es jetzt zu dem Forum-Beitrag. Und jetzt hier mal runter rushen. Komm, Leute, die Runde müssen wir jetzt noch gewinnen. Und ich bin, na, dritter. Da müssen wir ein bisschen weiter runter. Es geht schneller, Freunde. Es geht schneller. Hier ist unlucky. Unlucky, really? Okay. Langsamkeit auch noch dazu. Okay. Alles klar. Jetzt wäre ich auch schon fast runtergeflogen. Langsamkeit geht noch ein bisschen. Deswegen hier mal runter. Komm schon, komm schon. So. Und ich habe das auch echt schon lange nicht mal hier gezockt. Jump down bzw. get down. Hier jetzt in dem Fall jump down. Okay. Aber es bockt sich auf jeden Fall schon. Und ich denke, ich habe da alles zu angesprochen. Wirklich, um eine gute Combo zu reißen, gibt es natürlich viele Faktoren. Und klar, gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied zwischen einem 10er und einem 30er-Ping. Da will ich nichts sagen. Und es wird halt, wie gesagt, wenn die Umfrage für ja abgestimmt wird, geändert, dass es da halt noch etwas zufälliger wird. Bei einem 50er-Ping besteht kein Unterschied, wie auch schon gesagt. Und jetzt darf der bitte nicht gewinnen. Okay. Das ist auf gleiche Höhe ungefähr. Ich hoffe, der hat jetzt schon ein bisschen mehr Herzen verloren, dass er warten muss. Und komm schon, komm schon. Hier runter, hier runter, hier runter. Oh, und? Jawohl. Sehr schön, Crafter Peach. Gewinner. Okay, nice. Und hier mein cooler Skin. Was weiß ich hier für einen Skin habe. Okay, auf jeden Fall keinen guten Skin. Aber auf jeden Fall stehen hier die Top 3. Mensch, ich bin hier. Ja, okay, mit meinem Skin. Crafter Peach. Alles klar. Hat hier jemand mein Skin? Okay. Nee, GG auf jeden Fall. War eine coole Runde. Und das war es hier zu der Umfrage. Ping-Play abschwächen. Was sagt ihr dazu? Ab in die Kommentare. Und falls es euch gefallen hat, lass eine positive Bewertung da. Demnächst zocke ich auch eine Runde Get Down mit dem PvP. Teil danach. Bockt sich auf jeden Fall auch. Heute habe ich gedacht, zum Ansprechen. Perfekt eine Runde Jump Down. Ist auf jeden Fall passend. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao.